hallo meine freunde und herzlich willkommen zum zweiten teil von nazi zombie army wieder mit dabei der alte sack der tracksie schönen guten tag man glaubt es kaum dass wir uns diesen mist antun ja ich bin auch schockiert er dachte gerade so wir spielen es nur zusammen ohne aufzunehmen aber das wäre ja eine farce ja eine farce ich liebe dieses wort ich benutze viel zu selten ja trägst du sonst alles gut bei dir auf dem kanal ja 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 gut kann mich beklagen und bei dir so ach ja ein bisschen lahm alles schläft gerade wieder ein hast du die ganzen aufrufzahlen ja ist ein bisschen langweilig gerade können wir sie mehr los sein ist ein bisschen naja ich glaube ich hör wieder auf mit youtube das macht ja keinen sinn ja macht überhaupt keinen sinn so ne weißt du was sinn machen würde wenn wir gerade mal hier ready toggeln würden du bist ja mal wieder hier einer von der schnellen sorte ich kann nicht mal ganz kurz quatsch dich jetzt einfach mal in außerdem habe ich dich sowieso gemutet ach komm eine funktion doch ich will nicht mit dir reden du wegfallen ich kann mich nur selber stumm schalten wie bescheuert ist denn das was ich kann mich hier selbst stumm schalten genial bist du bereit oder was siehst du mal natürlich also unsere mission ist ganz klar nazi gold zu finden und einen haufen zu saufen hier vier flaschen müssen wir finden schichten 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 vorsicht story super natural forces taunt ich mach mal lieber mein load ok fertig das sind aber schöne gewehre hier dieselben wie vorher oder wir sind trotzdem schön das ist sogar alles noch sehr wie ich es gewohnt bin unglaublich ich weiß jetzt sogar wo der unterschied ist zwischen f1 und stil handgranaten ach ja wirklich schieß los ja die f1 granaten kann man nicht so weit werfen haben aber einen größeren sprengradius und die stilgranaten die wirft man weiter aber die sprengen nicht so doll ok bist du bereit dann drüber spiel starten ja synchronisieren das geile ist dass einfach nazi zombie army genauso aussieht wie nazi zombie army 1 jetzt sind wir zu viert und steigen zu zweit aus das macht so geräusche wie lastwagen ja wir steigen zu viert aus und sind zu zweit da passt auf das ist unglaublich erst mal anvisieren irgendwas im label da oben ist rauch leute sofort ein checkpoint wir haben doch gar nichts gemacht ja mann insgesamt bin ich schnell mit der maus unglaublich steuerung warum ja weil ich viel zu schnell bin hier hast du gesehen die lichteffekte nein leider nicht man das ist mir gerade der blitz und donnerach verdammt schade im menü warum ist die empfindlichkeit mit sich verarschen muss die einzelnen achsen steuern hier oder was ich hoffe jetzt ist es hier ok viel besser auf acht wenn hier gleich blitz und donner kommt hier ist blitz und donner am start vorne ist da ist so ratten die fressen hier irgendwas siehst du das ja hier auf der box ach so ich habe den kopf gerade vom kopf geschaffen diese ratten hier machen es mir geht es mir zu hart gerade ich hätte sie weggeschneidt achte das noch eine hausung haupte schützen jetzt schwarz-weiß gewesen hier kommt irgendwas ok alles bei mir mit schwarz-weiß hier das ist der blitz und donner irgendwie treffen wir die aber nicht mehr im kopf ich habe aber dafür geliebten was ist das hier ja stimmt jetzt ist er gerade sind ja voll im wasser unterwegs die jungs die blitzel scheiß auf alles was ist wo man hängt an baum die hängt aufgespielt Was? Wo, wo, wo? Ach, warum? Da vorne! Direkt... Das ist auch ein bisschen da unter Zombies, ne? Oh, oh. Ich schmeiß ja nur mit Granaten, ich hab' alles vergessen hier. Was? Ich weiß schon gar nicht, wie man Granaten schmeißt, das hab' ich nämlich völlig verplennt. Ähm, die musst du, glaub' ich, auswählen mit Taste 6 oder 7 oder sowas. Das ist die Granate. Wenn du drückst halt jetzt... Ich hab' schon wieder alles weggeballert hier. Du kommst schon klar, nein, ich renn mich kurz zurück und hol' Munition. Ja, ja. Krass, Munition, oder? Das stimmt ja, da sind die Kisten. Ja, richtig. Das ist ja sehr edel. Aber ich verstehe gar nicht, du hast ja wahrscheinlich das Ende noch überhaupt nicht gesehen, oder? Nö, ne, ich hab's ja nie gespielt, das Spiel. Ja. Hast du dir in die letzte Folge schon fertig geschnitten? Äh, nein, leider auch nicht. Nein, okay. Ich hab' genau fest vor der Umgebung. Aber das stimmt. Naja, auf jeden Fall, wie du dir vielleicht denken kannst, das war ja Berlin und das flüchtet man dann raus. Und ich versteh' grad' nicht, warum wir hier sind. Genau, warum wir wieder hier sind. Das wollen die hier. Stehen die so sehr darauf, sich die von Zombies umzingeln zu lassen, oder? Keine Ahnung. So wie versteh's auch nicht. Auf jeden Fall sind die Jungs ein bisschen blöd, weil die halt nicht wirklich die ganze Zeit immer nur da rumreinbezogen sind. Wollen wir den mal erlösen, oder so? Gehen dafür bitte, was mit dem hier los, eigentlich? Gehen dafür bitte, was mit dem hier los, eigentlich? Ja. Wir haben einen Baum passen. Jetzt hängt der auch noch drauf fest, oder was? Bei der Stadt am Zaun, es war so ein Zaungast. Wo schön Radio. Haben wir noch mehr? Wollte Fanate. Sehr Mediag. Denn da sahne schön aus. Da hat er kaum was gebracht. Ach Scheinwer. Ach, das ist n' Russe? verdammt wir haben meine kameraden getötet wo ist der rüssel wer da wir hier haben es auch gut beckte nein oder meine kann das sein dass das netcode von welfen geschrieben oder so ich hab manchmal so eine arge verzögerung dass die kugel durch die durchfliegt und dann erst nicht vergessen sekunde später ja diese blutze guten guten der ball recht aber schon alles ist das eine volle wo es dort ist special effects ich hoffe ich kriege hier so geile ist ein kleines klimaschafften so karten und so ein scheiß für die spiel ja hey lass mich looten lass mich looten fressen sie wieder hat auf meine kollegen zu fressen der war nice der war nice da hängt doch alle rum auf dem Panzer mach den mal weg hier da oben rechts hast du dir kommen welche ja diese blitze machen mich fertig irgendwie schwarz weiß schwarz weiß nicht was soll das ich schieße zwei sekunden später das ist irgendwie so eine einschlagsverzögerung keine ahnung was das soll du hast eine einschlagsverzögerung ja so mit von den kugeln hier muss der nazi gold rumliegen oder ich glaube sogar das wow ich hab die kühlschrank gemacht fette party im kühlschrank party party was ist hier los boah alter was ich hab auf den kopf raus hier gibt es voll die tue schieß doch mal ja nur weil ich den typen hier in den kopf geschossen habe ich geschah oder was geht ihr gleich voll die action ab oder was guck mal was hier abgeht ey willst du mich verarschen widerlich leiche durchsuchen looten ernst war ich den tiefen im kopf geschossen habe ich hier gleich vor dem magic wand an der tür gewesen und wie kommt blut aus der decke oder was du hast den kopf da weg geschossen ja ja und dann ist dann dann ist die tür zugegangen und dann kam das punkt von der decke du musst das aber nicht schief und vergeben oder nicht ja ist schon ein bisschen ein bisschen skurril ja das sieht drüber aus das ist ein feuer das nein kann oder so hängt sogar noch einer am haken was ist hier los am haken ist bestimmt aber nicht von mir bestimmt da ist er hallo ja überhaupt nicht irgendwie brutal hier alles ne unglaublich von nazi gold wow warum stört sich alles ein was echt nazi gold nein nicht mehr nazi gold das ist jedenfalls so ok ich hoffe ihr habt ihr was ist durch mann alter den blockierst du voll den weg ey ja gut dass sie wieder schaufe die feier angemacht haben klack 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 und ich dachte du sammelst die ganze position auf hier und hast dann schon keine mit naja mit der pistole bin ich nicht schlechter ja so ich habe mir nur vorgenommen nicht so mit der mit der sniper zu schießen und dann auch mit der anderen wachen zu nehmen einfach zum grund weil ich die sonst nicht mehr verpennt habe zu nehmen ok naja hier kannst du ganz gut rumholen ich bin eher dazu die mp die geht ja ziemlich schnell leer aber die ist halt relativ gut wenn du auf kurze restanz da umzingelt es geht halt schneller ist bei mir am schnellsten leer hier ist ein teich hier ist ein teich hier ist ein teich oh hier ist ein teich der teich der teich hallo danke du bist du da sind noch mehr da sind noch mehr da sind noch mehr das hier ist wenn da sind die 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 der satz hat abgeseilt oder so und dann erschieße ich den dann was mit ihm ja und da dachte ich fast wie das wäre so eine falle gewesen wie gerade eben da kam nämlich auf einmal zombies von allen seiten noch okay das scheiß das habe ich voll verpasst und es ist einfach hier rum oder was gerade ja der saß da drauf da hinten liegt noch ein schild hier siehst du den shotgun hast du jetzt auch jetzt hast du deinen gewehr weggebrochen aber das ist so das haben sie besser gemacht zum beispiel im ersten teil hast du die shotgun gegen das scharfschützengewehr ausgetauscht ok das war total geknackt eigentlich dann schreiten wir schreiben herum weiß ich nicht diese bezinkern ist da siehst du dir die da so umleuchten hier diesen roten nach rechts ja oh hier ist geil warum was guck mal da chillt einer guck mal siehst du den hier was machst du da jetzt schmiede abschmiede ab aber hier ist eine milition und so oh oh was hast du gemacht wir haben da hoch in den checkpoint gelaufen halte die position nein ich halte es hier klär du das mal hier ja was hab ich jetzt ich hab mein gewehr weggebrochen und wo kommen die ach unten ach du scheiße viele ja linke seite da ich hab euch mal auf diesen container geschossen komm mal hin welche nö ne ok das sind aber auch so so ich versuch mal grad das mit der kanale zu gehen beziehungsweise ich geh mal ein bisschen an die treppe runter ok hier sind ich hab's ja von oben weiter die die leute die von weiter hinten kommen quasi ich glaube ich ne granate werfen kann hier muss das abgeben mit vier leuten ja also besetzt ist es easy besetzt hab ich alles in den Griff die sind alle weg ok ok ich bin sicher gar keinen mehr wo sind denn wo ist das ach auf dem hoch ah die brennung siehst du die rechts naja da sprechen wir schon wieder komisch scheiße ich hab nur zehn schuss schon ja man kann sie go hier mal diesen polz biet wir haben hier gibt es ein versteck neues ziel yes was er aber ich habe hier oben die die munition auffüllen in der kiste die berechte die mann plus 192 kv so was nehmen wir denn noch mit ihr kumpel jetzt wäre ich doch fast reingelaufen dankeschön darauf aber ich bin auch fast gut sein oder entweder einem zaun aber so eine frau ist die hände rein waschen bei dem baut hier ja wusste dieses versteck also da vorne rechts dieser stadt in sich erst jetzt eben erst super weich gerade der faule kalt und man liegt hier drin und schild am tisch recht und sind da noch den boden voll unglaublich also meine freude es war die erste die erste folge war schon wieder ja aber die uns gerade voll im hintergrund was i love you hans hat ja alle hans und wenn ihr hans heißt schreibt sie in die kommentare ja und like das video unbedingt und wenn ich hans heißt daumen nach unten natürlich alles klar ist ich danke fürs zuschauen und bis zur nächsten folge nazizombelite army 2 mit dem tricks media und mir